100 Euro. Alle 24 Stunden verdienen. Im heutigen Video werde ich dir drei Methoden zeigen, mit denen genau das möglich ist. Wenn du wissen möchtest, wie du so etwas erreichen kannst, ist es sehr, sehr wichtig, dass du das komplette Video bis zum Ende anschaust und wirklich jeden Schritt mitverfolgst, damit du genau verstehst, was du tun musst, um solche Ergebnisse erzielen zu können. Wenn dich Videos zum Thema Online-Geldverdienen interessieren, gib dem Video jetzt schon mal ein Like, abonnier den Kanal und aktivier auch die Glocke. So verpasst du nichts mehr und ich erwarte hier ständig neue Videos. Die Links zu allen der heute gezeigten Methoden findest du in der Videobeschreibung und du findest in der Beschreibung ebenfalls unsere weiteren liebsten Methoden zum Online-Geldverdienen und unsere hilfreichsten Tools. Lass uns also direkt mit der ersten Methode starten, ich wünsche dir viel Spaß. Die erste Methode, die ich dir für heute vorstellen möchte, ist Igral. Auf Igral kannst du nebenbei Geld dazu verdienen, indem du einkaufst, nämlich mit Cashback, aber es gibt bei Igral auch noch eine weitere Möglichkeit Geld zu verdienen und das auch noch deutlich mehr, auf die wir uns heute konzentrieren wollen. Natürlich darf man den ersten Aspekt aber auch nicht außen vor lassen, weswegen wir uns diesen erst einmal kurz anschauen werden. Außerdem werde ich dir gleich kurz zeigen, was ich in der letzten Zeit bereits über Igral nebenbei dazu verdienen konnte. Um jetzt erstmal auf das Cashback zurückzukommen, jeder kann sich bei Igral kostenlos registrieren und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, immer seinen Cashback-Anbieter zu nutzen, da du hier einfach so nebenbei immer etwas Geld dazu bekommst. Beispielsweise kannst du hier sehen, dass jeder Igral-Nutzer im Durchschnitt 200 Euro im Jahr an Cashback bekommt. Das ist meiner Meinung nach also eine Summe an Geld, die wirklich nicht zu unterschätzen ist und du kannst hier sehen, was für Summen an Geld du ungefähr zurück erhalten kannst. Beispielsweise wenn du bei Otto einkaufst, erhältst du bis zu 18 Euro, bei Booking bekommst du mal 4% zurück, gerade bei Reisen kann sich das wirklich sehr lohnen. Aber es gibt eben auch noch eine weitere Möglichkeit auf Igral Geld zu verdienen, die wir uns jetzt einmal anschauen wollen. Bei Igral gibt es nämlich auch noch ein Empfehlungsprogramm, wo du wirklich große Summen an Geld verdienen kannst. Du kannst Igral einfach an andere Leute empfehlen, denen dabei helfen, dass sie auch noch Geld zurück erhalten und wirst hierfür bezahlt. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass es relativ einfach ist, Leute zu der Plattform hier einzuladen, da die Registrierung komplett kostenlos ist, sehr schnell geht und wahrscheinlich jeder einfach so etwas Geld erhalten möchte. Was erhältst du nun also, wenn du jemanden zu Igral einlädst? Dafür gehen wir etwas weiter nach unten und können uns das hier ganz genau anschauen. Zum einen erhältst du jedes Mal, wenn du eine Person bei Igral einlädst und diese ihren ersten Einkauf trackt, 5 Euro. 5 Euro für so eine simple Registrierung ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Bezahlung und hier kannst du über die Zeit, wenn du viele Leute einlädst, wirklich große Summen Geld verdienen. Zusätzlich gibt es hier öfter Aktionen, wo du nicht nur 5 Euro erhältst, sondern teilweise sogar 10 oder 15 Euro pro Einladung erhältst. Wenn du dir jetzt also vorstellst, dass du gerade 15 Euro erhältst und dann 100 Leute einlädst, erhältst du hier einfach so schon 1500 Euro. Natürlich muss man es auch erstmal schaffen, diese 100 Leute einzuladen, aber das ist gar nicht so schwer, wie du vielleicht denkst. Du kannst einfach in deinem Umkreis anfangen, kannst es vielleicht in Facebook-Gruppen probieren, auf den verschiedensten Möglichkeiten, aber es gibt eben auch noch professionellere Methoden, mit denen du das Ganze betreiben kannst und wenn du das gerne sehen möchtest, kann ich hierzu auch mal ein gesondertes Video machen. Da geht es dann um Möglichkeiten, wie vielleicht deinen eigenen YouTube-Kanal, TikToks zu erstellen oder noch ganz, ganz viele andere Sachen, die hier sehr gut funktionieren können. Zusätzlich zu diesem einmaligen Bonus erhältst du aber auch noch dein Leben lang 10% von allem Cashback, was die Person über Igral verdient. Das bedeutet also, wenn die Person beispielsweise eine teure Reise bucht, hier für 50 Euro zurückerhält, erhältst du einfach so auch nochmal 5 Euro. Und das gilt dein Leben lang für alle Personen, die du jemals zu Igral eingeladen hast. Daher kannst du hier wirklich große Summen Geld verdienen. Ich kann dir jetzt mal zeigen, was ich bisher mit Igral verdient habe, aber man muss dazu auch sagen, dass ich Igral nicht wirklich aktiv bewerbe und hier keine große Affiliate-Strategie nutze. Also wenn ihr das professionell machen wollt, ist hier natürlich viel, viel mehr möglich. So sieht es nämlich aus, wenn ihr bei Igral eingeloggt seid und ihr könnt schon sehen, dass ich einfach so nebenbei hier aktuell bei 325 Euro bin. Das ist also ein netter Nebenverdienst. Und wenn ich das jetzt professionell mit Affiliate-Strategien angehen würde, ist es auf jeden Fall auf Dauer möglich, hier 100 Euro alle 24 Stunden zu verdienen. Gerade wenn du erst mal es geschafft hast, wirklich eine große Menge an Leuten einzuladen und dann wirklich durchgehend jeden Tag von den Cashback-Einnahmen dieser Person profitieren kannst, ist das auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert und ich kann dir empfehlen, es einmal auszuprobieren. Die zweite Möglichkeit, die ich dir für heute zeigen möchte, ist Honeygain. Auf Honeygain kannst du ganz einfach Geld dazu verdienen, indem du deine Internetverbindung teilst. Das ist natürlich alles geschützt und das hat Honeygain auch mehrfach bewiesen. Hierzu brauchst du dir also keine Sorgen machen und wenn dich das interessiert, kannst du dazu noch nachlesen und findest viele hilfreiche Erklärungen. Die eine Möglichkeit, auf Honeygain Geld zu verdienen, ist also, wie gerade erwähnt, indem du einfach deine Internetverbindung teilst. Aber auch hier hast du die Möglichkeit, Leute zu Honeygain einzuladen und kannst damit wirklich große Sommern Geld verdienen. Wenn du dich bei Honeygain registrieren möchtest, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, den Link in der Beschreibung zu nutzen, da es dort aktuell eine besondere Aktion gibt, wo du einfach so 5 Euro geschenkt bekommst. Gehen wir also etwas weiter runter und schauen uns Honeygain einmal an. Hier kannst du sehen, dass du komplett passiv, indem du deine Internetverbindung teilst, ein bisschen mehr Geld dazu verdienen kannst. Hier siehst du auch schon, wie eben erklärt, wenn du dazu weitere Informationen brauchst, findest du hier alle Daten zur Sicherheit und du kannst hier gucken, was du ungefähr im Monat mit Honeygain verdienen kannst. Das kommt immer darauf an, wie viel Traffic du teilst und hier kannst du das einfach hin und her bewegen, je nachdem, was für dich realistisch ist. Wenn wir hier wirklich vom Maximum ausgehen, sind das gerade 67 Dollar im Monat. Das schwankt immer extrem. Ich habe zum Beispiel vor einigen Tagen geguckt, da waren es etwa 200 Dollar im Monat und wenn du mal rechnest, dass du hier irgendwas zwischen 60 und 200 Dollar oder teilweise auch mehr im Monat bekommen kannst, dafür, dass du überhaupt nichts tust und Honeygain nur nebenbei laufen hast, ist es auf jeden Fall eine gute Summe an Geld. Das reicht schon, um vielleicht alle deine Abos zu bezahlen, um ein paar mal schön essen zu gehen oder was auch immer. Deutlich mehr Geld kannst du aber, wie gesagt, mit dem Empfehlungsprogramm verdienen. Dafür gehen wir hier einfach auf den Punkt, einem Freund empfehlen. Hier siehst du nun das Empfehlungsprogramm von Honeygain und jedes Mal, wenn du eine Person zu Honeygain einlädst, hast du die Möglichkeit, hier riesige Preise zu gewinnen. Es gibt hier alle möglichen Dinge, die du gewinnen kannst und das kannst du dir auf jeden Fall mal genauer anschauen. Interessanter ist aber noch, wenn die Person Honeygain dann auch wirklich nutzt, erhältst du dein Leben lang passive Einnahmen, jedes Mal, wenn die Person Honeygain nutzt. Je mehr Leute du also zu dieser Plattform hier einlädst, desto mehr kannst du damit verdienen. Und auch hier gilt wieder, wenn du es geschafft hast, dir eine größere Menge an Menschen dazu zu bewegen, Honeygain zu nutzen, wirst du auf ewig daran Geld verdienen und das kann wirklich riesige Summen sein. Wir können hier etwas weiter runtergehen. Hier wird dir noch im Detail erklärt, wie das alles funktioniert. Und wie gerade schon erwähnt, gibt es aktuell die Aktion, dass jede Person, die sich über deinen Link registriert, 5 Dollar geschenkt bekommt, was natürlich ein guter Anreiz ist, für die Person sich hier zu registrieren und dafür sorgt, dass du einiges mehr an Registrierung generieren wirst. Hier wird auch nochmal erklärt, dass es eine riesige Summe an Preisen zu gewinnen gibt, sobald die Person einmal Honeygain nutzt. Und bei jeder Person, die du einlädst, steigen natürlich die Chancen. Hier siehst du, du kannst MacBooks gewinnen, du kannst Credits gewinnen, irgendwelche Gutscheine. Hier werden regelmäßig iPhones verlost und was auch immer, aber du kriegst eben auch zusätzlich zu den ganzen Gewinnen direkte Einnahmen. Das lohnt sich also auf jeden Fall und wenn du versuchst, hier wirklich einige Leute einzuladen, kannst du es hier definitiv schaffen, mindestens 100 Euro am Tag zu verdienen, wenn nicht sogar deutlich mehr. Probier es also gerne mal aus, egal ob Igra oder Honeygain jetzt besser für dich geeignet ist. Beide Links findest du natürlich in der Beschreibung. Du kannst auch beides ausprobieren und berichte mir gerne einmal, wie es bei dir läuft. Die letzte Plattform, die ich dir für heute vorstellen möchte, ist Rewards.de. Rewards.de habe ich schon ein paar Mal vorgestellt und viele wissen von euch, dass ich sehr zufrieden mit der Plattform bin. Ich habe bereits ein Selbstexperiment gemacht, wo ich mehrere Tage getestet habe, wie viel man mit der Plattform nur mit Spiele spielen verdienen kann und auch das Ergebnis war wirklich sehr beeindruckend. Schauen wir uns also mal kurz an, für die, die es nicht wissen, was Rewards.de überhaupt ist. Mit Rewards.de hast du eine Vielzahl an Möglichkeiten, Online-Geld zu verdienen. Es gibt zum einen die Online-Tests, wo du Spiele spielen kannst oder Webseiten testen kannst und hierfür wirklich sehr, sehr gut bezahlt wirst. Teilweise kannst du wirklich größere Summen Geld verdienen, nur indem du ein Spiel spielst, aber wenn du nicht so gerne Spiele spielst, gibt es auch wirklich gute Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Beispielsweise habe ich hier vor kurzem eine Website getestet, musste nur den Registrierungsprozess durchgehen und habe dafür 20 Euro erhalten. Meiner Meinung nach ist das also sehr interessant und lohnt sich auf jeden Fall. Zusätzlich zu den ganzen Tests kannst du noch Umfragen erledigen, wenn das vielleicht mehr etwas für dich ist und damit natürlich auch gutes Geld dazu verdienen. Als Bonus gibt es sogar noch die Möglichkeit, hier Cashback zu nutzen, also wie auch bei Igral, sobald du online einkaufst, kannst du hier etwas Geld zurückerhalten und meistens ist das bei Rewards.de sogar noch mehr als bei Igral. Es gibt hier also wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie du Geld verdienen kannst, was die Plattform meiner Meinung nach wirklich so gut macht. Auf anderen Plattformen kannst du vielleicht nur Umfragen erledigen, kannst vielleicht nur irgendwelche Website-Tests machen, oft wirst du bei den Umfragen dann rausgeworfen, bekommst du am Ende nicht das Geld. Das ist bei der Plattform hier anders und meiner Meinung nach deutlich besser. Daher ist Rewards.de für mich mitunter der beste Allrounder, wenn es um das Thema geht, mit einer einfachen Website Geld zu verdienen. Natürlich baust du dir hiermit jetzt kein riesiges Business auf, was Millionen von Euro jährlich abwirft, aber das ist für jeden ja auch gar nicht der Anspruch, sondern wenn du einfach etwas Geld dazu verdienen möchtest, ist die Plattform hier sehr gut geeignet und du kannst hier auf jeden Fall einige Hundert und auch einige Tausend Euro dazu verdienen. Schön ist auch, dass die Registrierung sehr einfach ist. Bei vielen anderen Anbietern musst du deine Handynummer angeben, musst tausend Sachen hinterlegen. Hier dauert die Registrierung nur zwei Minuten, du gibst deine E-Mail ein, erstellst ein Passwort, bestätigst die E-Mail und schon bist du fertig. Seit kurzem gibt es auch eine Rewards.de App, was das Ganze noch angenehmer macht und die Benutzung noch mal deutlich erleichtert. Hier siehst du noch, wie es dann ungefähr in der App aussieht, was es für Aufträge gibt, hier siehst du die Punkte, die du erhalten kannst. Ein Punkt entspricht immer einem Cent und du kannst dir dann ganz einfach aussuchen, wie du dir deine Punkte auszahlen lassen möchtest. Bei vielen anderen Anbietern kannst du ja nur Gutscheine erhalten. Hier kannst du das Geld ganz einfach direkt auf dein PayPal-Konto erhalten, was ein weiterer Vorteil ist, denn wir wollen ja wirklich Geld verdienen und nicht irgendwelche Shopping-Gutscheine bekommen. Wenn du dir also Geld dazu verdienen möchtest, indem du Spiele spielst, indem du Webseiten testest und noch viele weitere Möglichkeiten, kann ich dir die Plattform hier auf jeden Fall empfehlen. Du kannst einfach hier oben auf Registrieren gehen, bist wie gesagt in zwei Minuten registriert und kannst sofort mit dem Geldverdienen starten. Hier siehst du auch schon, sofort nach der Anmeldung gibt es aktuell mehr als 640 Euro, die in verschiedenen Online-Tests verfügbar sind. Also probier es gerne einmal aus, den Link zu rewards.de findest du in der Beschreibung. Auch dort gibt es aktuell ein besonderes Angebot, wo du, wenn du dich über den Link registrierst, einfach so nochmal 100 Punkte geschenkt bekommst. Das lohnt sich also auf jeden Fall und ich kann dir empfehlen, es einmal auszuprobieren. Viel Erfolg dabei, berichte mir gerne, wie es läuft. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, lass es mich auf jeden Fall wissen. Wenn du jetzt mit einer der heute gezeigten Methoden starten möchtest, findest du alle Links dafür in der Videobeschreibung. Du findest in der Beschreibung außerdem unsere weiteren liebsten Methoden zum Online-Geldverdienen und unsere hilfreichsten Tools. Zusätzlich habe ich dir einige weitere Videos in der Beschreibung verlinkt zum Thema Online-Geldverdienen, damit garantiert für dich die richtige Methode mit dabei ist. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und weitergeholfen und falls dem so ist, würde ich mich wirklich von ganzem Herzen über ein Like und ein Abo freuen. Aktiviere auch die Glocke, damit du nichts mehr verpasst, denn ich erwarte hier ständig neue Videos zu dem Thema. Wenn du irgendwelche Fragen zum heutigen Video oder auch zu einem anderen hast, schreib mir sehr gerne, ich bin gerne kostenlos für dich da. Schreib mir einfach einen Kommentar oder wenn du eine privatere Frage hast, kannst du mich auch jederzeit über Instagram erreichen. Hier am Ende findest du jetzt noch ein für dich persönlich vorgeschlagenes Video mit weiteren hilfreichen Tipps zum Thema Online-Geldverdienen. Schau es dir unbedingt einmal an und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis dahin.